Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Division hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind auf dem Weg zur Space-Administration, zur nächsten Mission. Ich habe auch meine M16 jetzt endlich wieder. Ich habe mir die nochmal gecraftet. Ah! Ja, super. Sie hat direkt auf mir gelandet. Hm. Diese liegenden sind echt schwierig zu knacken. Ja, toll. Ah, scheiße! Sag das nicht. Uh, Applaus. Können wir bekommen? Allgemeine System-Mod. Da bin ich mit den... Achso, ich wollte übrigens mal was anderes ausprobieren. Und zwar Drohne. Anstatt dem. Achso, wir haben noch ein Kiss. Ähm, ich weiß noch nicht so ganz so mit diesem System-Mod zu... Boah! Langsam kommen wir doch hier auf alles blau. Und hier wollte ich die ausprobieren. Das wollte ich mal ausprobieren, die zwei Sachen. Damit da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Warte mal. F-Mod. Effektplatz. Okay, egal. Wenn wir Isaac wieder im ganzen Land online bringen wollen, müssen wir das lokale System mit dem Satelliten-Netzwerk verbinden. Im Noah-Hauptquartier sollte das möglich sein. Gehen Sie zum Kontrollraum. Ich kann Sie von hier aus durch den Ablauf führen. So, jetzt probieren wir das mal. Was passiert jetzt? Was passiert denn jetzt mit dem? Eigentlich müsste das doch explodieren. Agent fordert Verstärkung an. Au. Au. Irgendwie lame. Warum macht das Ding hier nix? Ja, aber ist das gerade ein bisschen arg lame. Okay. Und mit dem Motoren. So. Und mit dem Motoren. So. Komm schon. bist du meinen meuten sind die falsche richtung geschossen so jetzt muss noch mal lesen was die dinger können kuh glühwürmchen anziele die detonieren wenn es weiß ich nahe ok die drohne was macht die noch mal das falsche freigeschaltet scheiße der wert akzeptieren wir sehr wert kugeln ab akzeptieren das mal so jetzt hast du ein problem spiel spaß und spannung auch Was ist das? überhaupt nicht mit der Drohne. Ist die schon kaputt? Wo ist denn die Drohne? Funktioniert gar nicht mit der Drohne. Das ist ja lame. Dann bleibe ich doch lieber bei meinem Bällchen. Ich habe da was Falsches leider bei der Drohne freigeschaltet. Ach, der Kulteinlauf da. Das Leben ist kein Ponyhof. Zugang zum... Noa. Macht's was. Werfe Granate! Mach doch nicht sowas! Ah, die immer mit ihren Sniper-Shotgunn. Warum? Das ist doch ein feindliches Geschütz. Warum? Hey! Acht mal ein bisschen auf deine Umgangssprache. Ich glaube, auf deine Sprache. Sind Kinder anwesend. Die elektrische... Was zum Teufel? Was hab ich da denn gerade geloodet? Was hab ich da denn gerade geloodet? Was hab ich da denn gerade geloodet? Warte mal, hier könnte man eine Mod reinsetzen. Ah! Für bestimmte Klamotten hab ich Mod-Möglichkeiten. Da muss ich mich mal noch ein bisschen mit beschäftigen. Immer noch gucken, ob da noch was zu looten ist. Was ist das? Ja! jetzt nicht drauf geachtet ist auch schon ziemlich spät mal wieder da ist ein typ in mir gespawnt dabei war es nur ein verwelkter busch so wie ich so jetzt kommt es kommt mal runter dann kann man nämlich spielen doch eineming ist heute wieder angepasst dann gehen wir mal aufs dach würde ich sagen und schauen uns mal die feindbewegung an also wäre jetzt mein tipp vorher sammeln wir noch die waffen hier ein ich bin dann noch den getränkautomat soft drink hätte ich die kabel hier so gelegt das ist ja voll der hinfaller kann man ja voll hinfallen und sich wehtun dann so das knie anstoßen war ja klar dass es nicht einfach wird wir müssen die verbindung manuell herstellen wir brauchen eine gute antenne und einen noch besseren funksender ja voll hin schreien sie da raus und richten sie die satellitenschüsseln aus unter jeder sollte sich eine konsole befinden ja Achtung! Tut mir leid. Entschuldigung. Kannst du behalten. Gefällt dir das? Zählst mir. So. Schlittenschüsseln ausrichten. Das kriegen wir auch noch hin. Ich habe die Koordinaten für die Satellitenschüsseln über Isaac gesendet. Es sollte nicht allzu lange dauern, sie auszurichten. Das müssen Sie immer noch für jede Einzelne machen, aber immerhin geht es so schneller. Holen Sie euch! Agent braucht Verstärkung. Feuer auf Zielobjekt! Was müssen Sie ansehen? Äh, geht aber raus her. Wo ist er? Ach da. Ich gehöre niemandem. Ich gehöre niemandem. Ich gehöre jemandem. Ich gehöre, die kann man Koste werden. Zweite Antenna. Oh, 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 oh. Ich finde das extrem gut, wie die dann immer ihre Deckung und so wechseln. Nicht wie dumme NPC Sons, sondern ich finde das schon sehr gut gemacht. Was ist das denn? Ist auch neu. Das war jetzt eigentlich die Herausforderung. Geschafft. Nein, einen noch. Ja, alle wöchentliche, weil ich bin noch nicht der Dark Zone gewesen, also alle kriegen wir diese Woche nicht hin, leider. In sechs Stunden wird es zurückgesetzt. Guck mal her, da oben. Guck mal her, da oben. Aber es reicht auch, wenn ich dich noch sehe. Und der Schmerz wird nicht besser. Bevor die Regierung den Komplex räumen ließ, befand sich hier zu Testzwecken ein UHF-Sender. Er müsste in den unteren Ebenen sein. So. Undere Stockwerke, hoch, runter, hoch, runter. Näh. So. Näh. Anstrengend. Das ganze Gelaufe heute. Und runter. Ach, ich habe ein neues Hemd an. Immer schick gemacht. Nur für euch. Das ist schon cool hier. Mit den Anzügen. Der Anzügen. Ach, ich bin ein weitergegler weniger als gut. Ja. In Bewegung. und in diesem modul befindet sich der transmitter um die verbindung mit den satelliten aufzubauen agent aktivieren sie die kranz sequenz dann haben wir es geschafft okay war ja doch easy oder nicht bisschen doof hier gerade wir können den sender werden sobald der kran angedockt hat kommt aber bestimmt gleich noch mal gegner sag ich ja 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 komm ich war noch ein kanal ja ich will das unbedingt mit der kanade noch schaffen diese eine herausforderung wäre ich noch geil ja 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 auch echt gebracht gerade. Also irgendwie sind die Granaten nicht so durchschlagskräftig. Aktuell. Ja, geht da mal hoch. Nice. Es war nicht der erste und es wird auch nicht der letzte sein. Okay, so dann... ... ... ... ... ... ... ... ... ... wöchentliche herausforderung abgeschlossen ja wie gesagt das eine ich weiß nicht ob ich jetzt noch mal extra dafür die darkzone gehe ja wo packe ich die hin wahrscheinlich die klamotten rein ich habe die erstmal dann gucke ich mir das mal an in ruhe ja Oh. Ich muss mich echt mal angewöhnt, in der Deckung nachzuladen. Geht aber raus aus der Deckung. Ah, fuck. Ich habe nicht... Oh, da flog noch eine Granade in meine Richtung. Ich achte da nicht immer so unten drauf. Das ist echt übel. Ich muss das jetzt alles nochmal machen. Boah. Oh. Ohhhh... Ich halte mich mal. Ja, die Zeiten, wo meine Waffen One-Shot waren, sind auch vorbei. Das war cool, wenn wir die Granate gerade werfen wollen und in dem Moment schießt du, lassen sie die Granate fallen, du tötest dich selber, finde ich mega lustig. Das war's für mich. Das war's für mich. Das Geschütz regelt schon ganz gut. Das Geschütz regelt echt gute. 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 Ich wollte mal eigentlich eine andere Waffe mit reinnehmen. Die macht fast dreimal so viel Schaden. Guck mal her. Neue Modell 70. Guck mal. 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 Alter. Oh Geh mal die Position wechseln Selber Ah Hey Agent Ich seh Bleib weg, hast du gehört? Kommt bestimmt noch irgendwann ein Elite-Gegner Ich trenne von meinen eigenen Komm raus, komm raus Jetzt lege ich dich um Oh Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ich glaube gar nicht Der E-BIMS Ich bin ein guter Agent, klingt als hätten sie gesetzt Ich bin ein guter Ich bin ein guter Nein! Nein! Ich hab meine Tickle! Oh! 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 Fick dich, du Scheißspiel! Entschuldigung. Jetzt hab ich mich verschluckt. Geht sie ein guter Agent? Klingt als hätten sie Gesellschaft. Woher ist es? Ich hab eine Wir müssen alle klein erstmal wegmachen. Dass wir uns absolut auf den Großen konzentrieren müssen. Ich bin mal hier weg. Gut. Und bei dir? Wie gesagt, ich muss das mit den ganzen kleinen... So viel Leben hat er auch nicht mehr, der Honk. Aufdach! Huch, Mann, ist in der Dicke gestorben. Oh Gott, das war anstrengend. Das Satellitennetzwerk ist wieder aktiv. Nice! Und Level Up haben wir noch bekommen. Ah, das ist immer schön. Plus 370 Lebensenergie, Anfertungsstufe erhöht. Den machen wir mal noch auf und dann machen wir mal Feierabend. Das war auch wieder 15 Minuten oder so. Ja, die macht weniger Schaden, aber die schießt schneller. Können die mal ausprobieren. Warum kann ich das hier nicht? Ach so, war das schon ein... Hm, komisch. Aber guck mal, wie gesagt, die hat einen 10er-Meg und macht auch Pro, weil die einfach schneller schießt, denke ich mal. Oh, älter, verreißt die. Lasst mich hier raus. Ich will nach Hause. Hat genug gemordet für heute. Röscheluft, Gott sei Dank. Yay, gut, mein Lieben, wie gesagt, wir machen jetzt Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao. Vielen Dank.